und damit herzlich willkommen zum tuxflash im april 2022 mit mir im newsstudio sozusagen sind einmal der jean hallo jean einen wunderschönen guten abend guten mittag oder guten morgen je nachdem wann ihr das schaut ja und der philip hallo philip einen wunderschönen guten morgen guten mittag oder guten abend ich habe es mal andersrum gemacht ja hallo ihr beiden und hallo an unsere zuhörer schauer wollte gerade sagen verrückt naja passiert vielleicht schauen sie ja auch insgeheim zu ja sie gucken das standbild auf youtube genau ja pickepacke volles thema eigentlich heute ubuntu hat eine inoffizielle rolling release variante dann gehen wir noch mal auf ein paar sicherheitslücken ein und deutsche ingenieurskunst at its best also volafon 22 kommt ich freue mich drauf jo ja ich auch ich war ja noch in der entscheidung mir ein python pine phone ja pine phone heißt es genau zu kaufen ja mal sehen ob das volafon vielleicht besser ist mal sehen das können wir ja dann dann mal abwägen ja ansonsten alles gut bei euch aber logo etwas im stresse vor dem lpd aber da kommen wir ja sicher später noch mal zu reden ja ich denke na gut fangen wir gleich mal mit dem ersten thema an würde ich sagen wusstet ihr dass es eine inoffizielles rolling release variante von von ubuntu gibt ich habe mal davon am rande gehört aber ich muss sagen ich finde die idee sehr gewagt habt ihr schon mal ausgenutzt oder ausgetestet ja also ich habe davon auch gehört ich habe es auch schon mal ausprobiert ja genau ich habe das ganze ding eigentlich weiter gespinnt wenn und zwar habe ich da mir ein skript gebaut das quasi snap deinstalliert und ein flat pack drüber installiert und das ist auch bei updates halt nicht mehr snap installiert genau das habe ich so mal das so ausprobiert also hast du quasi das ding genau komplett entsnapt und dafür flat pack drunter gesetzt genau das habe ich aktuell so auch gemacht auf ubuntu 22 4 absolut ich stelle mir das erst mal natürlich schön vor man kann das ganze er muss das ganze halt nicht mehr ich sag mal auf große versionen noch mal aktualisieren aber ein ganz großer falsch trick ist doch wahrscheinlich nicht sind doch wahrscheinlich die ppas oder also da kannst du doch keine gescheiten ppas mehr hinzufügen weil es gibt ja wenig so eine devil option und das ja teilweise für ganz spezielle bibliotheken gebaut und die brauchen teilweise eine ganz spezielle version von irgendeiner bibliothek und das könnte ich mir spannend vorstellen oder kann ich nur so bestätigen also nachvollzogen habe ich es noch nicht ich muss mal ganz kurz dazu ein bisschen ausholen ich habe mir das ubuntu rolling rhino remix iso runtergeladen da gibt es nämlich ein projekt die das quasi als als iso bereitstellt im endeffekt das ist die letzte ubuntu version diese installieren plus eben haben sie initialisierung skripte dort integriert die das ganze dann vom eigentlichen release wie heißt das release zweig auf den develop zweig umschreiben in den quellen dass man quasi dann rolling ist aber ja ich sag mal so ubuntu ist nicht darauf ausgelegt also noch nicht gerade diese diese fehler die ich gesehen habe beim update da kriegst du warnungs warnhinweise dass immer dass das develop erwartet wurde ihr oder dir der der ab mirra aber das aktuelle release ausgegeben hat die quelle ja spannend das ist da ein bisschen doof also du bist immer auf dem aktuellen release und nicht so wirklich auf dem develop also ob das so beabsichtigt ist weiß ich nicht theoretisch funktioniert es dann als semi rolling release aber ob dazu dann vom erfinder gewollt ist ja weiß ich noch nicht wie sagt ich habe es mal im stream von den initialisierung skripten gesprochen hast ja die deaktivieren sogar die pprs wenn du da zuvor welche hattest okay naja klar also hätte ich mir sogar fast denken können weil ja das hat der genre schon richtig gesagt die die wollen ja spezielle version von irgendwas haben beziehungsweise sind ja auch auf spezielle release zweige oder release version festgepinnt ich habe das gefühl ich habe jetzt mal noch mal die webseite hier durchgelesen von denen erstens ist man sagen ausbaufähig da sind wir tatsächlich mittlerweile mit unserer neuen webseite immer so ein kleiner hint sind wir da meilenweit weiter die haben so eine relativ einfache github page und sieht so aus als ob das arts leute sind die entweder gar keine lust mehr auf arts haben oder keine ahnung eben dieses arts konzept auf ubuntu bringen wollen weil sie haben tatsächlich ich weiß nicht ob der jetzt von denen genau ist aber was sie unterstützen ist packstall was ein aur package manager in dieser hinsicht ist der für ubuntu und ubuntu basierte systeme sein sollen und ja tatsächlich habe ich das gefühl sie wollen ubuntu einfach mal zum arts reformieren wenn wir so wollen ne frage ich mich warum nutzt man dann eher nicht gleich das arts oder insgesamt die die arts welt oder vielleicht wollen sie tatsächlich dann doch etwas stabilere versionen wobei ich nicht auf den development branch von ubuntu glaube ich setzen würde und sagen würde okay gut da ist jetzt relativ viel schon getestet ist für production geeignet weil das gibt es ja so noch nicht das heißt entwickler die ich mal nicht von aus dass sie sich so sagen okay gut in diesem devil muss schon absolut alles okay sein und ja sonst wäre es ja nicht der will von daher ich sehe das sehr sehr kritisch muss ich sagen und ich bin sehr gespannt ob sich das ding lange halten kann was meint ihr also davon gehe ich mal also da bin ich die gleich gleiche meinung wie du es war ja glaube ich mal offiziell die rede von einem ubuntu rolling release aber das haben die dann abgesägt weil es ja doch nicht so wirklich wahrscheinlich nicht so wirklich in ihr konzept passt das stimmt mark shuttleworth wollte das bereits 2013 mal machen hat es vorgeschlagen aber ja hat wohl nie geklappt muss ja eigentlich auch nicht also so wie sie jetzt fahren fahren sie eigentlich ganz gut die ubuntu leute oder die die ubuntu leute es geht um die ubuntu leute das war noch das thema und eben ich habe ja vorhin angesprochen ich krieg oder ich habe ich habe es ja im stream ausprobiert das ganze mal so ein bisschen installiert und den ganzen mal so ein bisschen auf den zahn gefühlt und ich habe halt im stream nicht rausgekriegt was diese warnhinweise bedeuten der erwartet develop als zweig kriegt es aber vom upmirror nicht ausgeliefert sondern immer den aktuellen das war oder ist zu dem zeitpunkt noch jammy jellyfish gewesen da weiß ich eben nicht ob ein rolling release beabsichtigt ist und die dann quasi nur ein semi rolling draus bauen weil der ubuntu package server oder repo server dort einfach die wellen nicht zulassen von außen als quelle das wusste ich nicht das habe ich nicht rausgekriegt also da ist auch das internet noch ziemlich jungfräulich über dieses thema die haben immer nur lösungsansätze die gesagt haben von develop zum aktuellen release wo ich mir dachte aber das ist ja jetzt gar nicht mein problem andersrum ich will ja gerade mal develop haben keine ahnung also da habe ich nicht rausgekriegt ob man für develop quellen sich irgendwo eintragen muss ja schwierig nee konnte ich auch nicht raus finde ich denke sicher als developer oder sowas kannst du die haben das sicher irgendein tool womit du dann da reinkommst wenn du eine id einträgst aber habt ihr so einen richtigen anwendungszweck für dieses ubuntu rolling rhino wo ihr sagen würdet okay gut dass deswegen sollte man es nutzen nee also wirklich eigentlich von meiner seite nicht weil ich meine wenn man rolling release haben will dann nimmt man ja prinzipiell irgendwas anderes in arch linux oder mancharo oder in endeavor es was auch immer ich meine damit ist man ja gut bedient bis ich jetzt nicht warum man da ubuntu als rolling release benutzen sollte oder möchte stimme ich voll zu also ich lese das hier noch gerade auf der webseite das einzige was sie dazu schreiben a rolling release model office new and experienced uses a new way to utilize their desktop pc without the hassle of major upgrades dafür hast du wahrscheinlich alle zwei drei wochen hassle mit kleinen updates weiß ich nicht mutmaßlich und von daher also du sprichst es schon komplett an philipp also ich sehe da keinen punkt wo man sagen würde okay gut deswegen sollte man jetzt dieses ubuntu rolling rhino nutzen und ganz ehrlich ich bin sehr gespannt ob es ob es überleben wird ich habe da ja so meine zweifel ja ich leider auch also es ist mal interessant zu sehen dass es auch geht aber der weg wie ubuntu jetzt funktioniert ist doch eigentlich ein ganz guter mit ihren fix releases alle zwei jahre lts version wo du weißt dass das in der regel ausgereift ist du kriegst durch diese zwischen releases auch von diesen zwischen releases die neueren kerneln wenn du den embedded hardware kerneln ne wie heißt das bei ubuntu hwe haben wir embedded kernels so um benutzt auch kernels updates dass du da neue kernels features kriegst treiber kriegst du rein theoretisch also primär jetzt grafik da sehe ich persönlich nicht wirklich ein anwendungsfall dass man in ubuntu in seiner funktionsweise und da muss man sagen es funktioniert gut danke ändern müsste auch wenn der ansatz ganz interessant ist aber ich glaube auch nicht dass sich das durchsetzen wird also da sind zu viele stolpersteine also da muss ich ja schon empfehlen das ganze auf butterfs mit mit automatischen snapshots und ähnliches zu installieren weil alles andere boah das das tut dem anwender zu sehr weh beziehungsweise denn den den unbedarften anwender aber ich glaube der unbedarfte anwender wird sich auch nicht in running rhino remix installieren also dass das wäre dann doch zu zu schwierig sage ich mal aber sie schreiben extra hier wenn du eine easy to use distro nutzen möchtest also sie wollen das so smooth wie möglich machen dass man dann nichts von hinbekommt ich glaube es wäre die erste rolling release distro die das wahrscheinlich so in denen sie schaffen würde so komplett ohne dann doch mal bugs oder sowas für 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 mehrere monate dann auszukommen oder das wirst du immer haben also also größere bugs auch nein und will dies natürlich dass das system mal nicht hoch fährt ist passiert ja schon mal leider ne echt wie ja aber das sind die doch nicht ja gut ja aber besonders wenn es beispielsweise das system halt lange nicht aktualisiert hast wenn im urlaub warst die sehen ist oder sowieso nicht ja die drei der ja drüber haben das quasi die pakete quasi etwas langsamer an die leute verteilt werden aber das muss ich sagen finde ich richtig finde ich richtig stark vom manjaro team dass sie das gewuppt bekommen dass es sehr viel arbeit ich sage immer manjaro dass das rolling release für die gemäßigten links war jetzt ein bisschen abwertend aber eigentlich ist es das gar nicht weil ich bin ja mit manjaro prinzipiell auch gut zufrieden das ist ja mein mein ausweich system sage ich mal beziehungsweise mein mein test system wenn wenn ubuntu irgendwas noch nicht integriert hat dann hat es meistens schon manjaro über den arch 2 drinnen da kann man andere sachen mal testen das ist wunderbar aber als daily driver bin ich zurzeit mal wieder bei ubuntu gelandet nicht funktioniert das halt aber manjaro funktioniert deutlich deutlich besser und ich habe ja manjaro das erste mal ausprobiert da war es ja noch die version 0 8 8 also das da hat man glaube ich schon mal zusammen geguckt das war irgendwie 2015 oder so und seitdem ist ja so massiv viel passiert und selbst da zu der zeit hatte ich kein update so wirklich was das ding unbrauchbar gemacht hat da waren halt kleinere updates von anwendungen dabei die die anwendung zerschossen haben da waren damals so andere zeiten beziehungsweise abhängigkeiten die dann nicht mehr so wollten wie man wollte und dann hat man ganz viel kopfschmerzen gehabt googeln müssen und ach und dann hat das aber irgendwie auch wieder funktioniert aber selbst das ist heutzutage wie gesagt manjaro ich gucke immer wieder gerne rein ich benutze es immer wieder gerne und ich habe seitdem nicht wirklich mir diese extremen probleme wie noch vor sieben jahren mit manjaro meinst du mit manjaro ich bin doch mein manjaro thema genau ja ja nicht schlecht nicht schlecht also ich muss sagen ich habe mit manjaro immer schlechte erfahrungen gemacht aber mag sein dass ich einfach nicht der typ für rolling release betriebssysteme bin also mich hat irgendwann mal ein fieser bug von nvidia entwischt im zug auf manjaro und an den anderen stellen weiß ich gar nicht mehr was da los war aber da gab es auch immer so kleinere probleme oder generell auch dass du bei manchen software paketen manche software ja so semi gut für 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 systeme bekommst die nicht auf debian basieren habe ich zumindest immer das gefühl gehabt beziehungsweise habt ihr verschiedene pakete gehabt welches genaues war das kann ich gar nicht mehr sagen aber 12 sachen gab es dann schon die dann irgendwie auf debian system besser gelaufen sind unter den programmen und das hat mich dann immer sehr sehr genervt ja also ich mache es ja andersrum ich schaue mir linux mint ab und zu mal an also finde ich nach wie vor eigentlich eine schöne linux distribution habe ich schon lang drüber überlegt ob ich das nicht mal wieder als hauptsystem benutze aber ja ja wenn du mit manjaro zufrieden bist warum nicht und das ist ja das schöne wir können ja das nutzen worauf wir lust haben und was uns am besten gefällt und ja wer weiß vielleicht werde ich es noch ich werde sicher noch mal irgendwann mit manjaro versuchen da bin ich mir ganz sicher und haben ja auch eine mega entwicklung hingelegt finde ich in den letzten jahren ja die sind in den über die jahren weg nicht umsonst durch die decke gegangen also bei distro watch jetzt gesehen ja absolut absolut sind zwar jetzt wieder ein bisschen bisschen abge abgestiegen aber sind ja immer noch unter den top 10 ich denke aber auch das distro watch ranking kannst darfst du auch nicht zu hoch einschätzen ich glaube es zeigt immer so die neuesten hippesten distros aber die die wirklich am meisten genutzt werden würde ich anders betiteln weil die leute klicken ja nur auf die neuen distros und schauen die sich an anstatt das jetzt genauso viele immer auf debian drücken und schauen okay gut was war jetzt debian nochmal also von daher würde ich dann nicht zu sehr auf die verbreitung generell bei distro watch gehen sondern eher worüber wird gerade viel gesprochen was interessiert die community besonders gut würde ich mal sagen ja aber da kannst du auch filtern also bei distro watch ach auch nach meistgeused oder most rating und also du musst einfach nur bei dem ranking der seitenaufrufe gucken da hast du ja bei zeitraum die auswahlmöglichkeit und wenn du dann bei most ranking gehst hast du mx linux linux mint und dann auf platz 3 manjaro und auf platz 4 debian ach man kann das hier auch raten und dann sagen hey das richtig du kannst du hast da noch deutlich mehr auswahlmöglichkeiten kannst direkt in jahre reingehen da war man jaro noch auf platz 3 also da kannst du schon ein bisschen mehr analytisch machen aber auf den ersten blick siehst du ja nur die letzten sechs monate ja genau genau okay ist ja cool ja tatsächlich wir mal auf average rating gehen dann ist arch linux ganz oben dann devuan dann void ja cool also da könnt ihr euch das mal mal anschauen wenn ihr selber irgendwann mal wieder am pc seid oder so distro watch.com weiß ich gar nicht dass es da so viele verschiedene möglichkeiten gibt ach da kannst du schon ordentlich statistik und stochastik betreiben wenn du das möchtest ja nicht schlecht nicht schlecht sehr cool ja aber rolling rhino also ich habe es mir angeguckt ich fand es ganz interessant aber so richtig hat also so richtig gekickt hat es mich nicht es hat funktioniert für diesen testzeitraum sage ich mal es hat zumindest das suggeriert was es suggerieren sollte und im endeffekt war es dann erst mal nun ubuntu also man müsste es rein theoretisch im produktiv einsatz testen um wirklich aussagekräftig zu sein weil im endeffekt konnte ich jetzt nur relativ unspektakulär und unrepräsentativ testen wie ist die installation wie komme ich auf den rolling zweig und wie äußert der sich so in seinen ersten berührungspunkten und mehr habe ich ja jetzt noch nicht damit gemacht also habe ich jetzt auch erst mal keinen einsatz zweck aber ich fand es halt ganz interessant dass sie dort diesen rolling release ansatzpunkt gegangen sind aber da empfehle ich jeden wer rolling release fahren möchte butterfs äh installieren automatischer snapshots mit timeshift falls dann doch mal was kaputt geht was sehr sehr selten sein sollte zumindest unter manjaro kann man immer noch relativ schnell zu einem produktionssnapshot zurückgehen so punkt ende aus von mir für dem thema ich ja genau ich wollte auch schon sagen das wollen wir nicht mal also ich bin nicht der tipp für gute überleitung aber wollen wir nicht mal weitermachen ja also tatsächlich ich ich schließe mich dem ganzen an also ich bin sehr gespannt und ich finde es toll dass es ausprobiert wird und ich finde immer toll wenn irgendwelche neue leute irgendwas starten sagen hey gut das könnte ja funktionieren und wenn es am ende nicht funktioniert hey so what dann hast du es ausprobiert und wir wissen es wenigstens genau apropos toll und neu wir haben eine tolle neue webseite und für alle youtube zuhörer zuschauer ich habe auch ein bisschen unser unser ähm ja standbild angepasst dahingehend und dementsprechend können wir jetzt mal auf news ticker für die tux tage gehen ja absolut da ist einiges passiert in der zeit also wir haben jetzt ein neues logo eine neue webseite die neue webseite ist viel schneller als die alte ähm ist hoffentlich informativer könnt ihr einfach mal drauf schauen tux tage.de und neben allen neuerungen haben wir jetzt auch den vortrag des tages ja jeden tag gibt es einen vortrag ähm vom letzten jahr ähm den man sich dann halt eben auf der startseite direkt anschauen kann und ich muss sagen ich habe mich häufiger dabei ertappt einfach mal auf die tux tage.de webseite zu gehen und einfach mal den vortrag anzufangen zu schauen manche habe ich auch komplett fertig geschaut ähm und was ich wahrscheinlich so erstmal nicht gemacht hätte wenn man erst mal ein programm mit über weiß ich gar nicht wie viele vorträge es waren ich glaube äh programmpunkte hatten wir über 30 oder so ähm oder schon fast 35 40 ich weiß es gar nicht mehr ähm da wählst du nicht irgendwas aus und sagst okay jetzt das schaue ich mir an sondern ich finde das ganz schön ähm dass man ja das doch noch über das jahr jetzt etwas ich sag mal näher an die zuschauer und an die besucher ranbringen kann was die tux tage eigentlich sind und äh dann direkt einfach nochmal die vorträge vom letzten jahr zu promoten und ähm ich hoffe euch äh gefällt das genauso gut ähm wie mir auf jeden fall und ähm ansonsten sind wir gerade absolut in der heißen phase vom linux presentation day ähm das wird sehr toll sehr anstrengend aber sehr toll ähm aber bis dahin müssen wir tatsächlich noch ein bisschen was erledigen das ist ja schon in zwei heute in zwei wochen ähm und ähm ja ich bin gespannt langweilig wird es auf jeden fall die nächsten zwei wochen nicht und ähm ja wir hoffen ihr seid natürlich dabei und wir haben auf der tux tage webseite ein paar plakate auch ähm ich sag mal gepostet beziehungsweise auch auf social media und das könnt ihr auch gerne leuten schicken ähm die vielleicht einfach mal linux ausprobieren sollen sich vielleicht noch nicht mit der materie so beschäftigt haben denn das ist das ziel des linux presentation days ähm einfach neue leute zu informieren ähm und einfach mal linux vorzustellen wie das denn so ist ich glaube ich werde durch damit außer ähm vielleicht nochmal zu euch ähm wie gehm habt habt ihr schon mal einen vortrag des tages angeschaut oder seid ihr da bis jetzt so nicht drüber gestolpert ja was was heißt nicht drüber gestolpert drüber gestolpert schon aber äh die meisten kenne ich ja also ist es ähm ne die habe ich mir schon irgendwann irgendwie mal angeguckt äh ist ein argument ja philip wie sieht es bei dir aus ja genau also ich bin auch drüber gestolpert aber angeschaut habe ich mir die ja zuvor schon und ja okay sehr cool ich muss sagen ja man muss ja dazu sagen sowohl äh philip als auch ich sind ja bei den tux tagen äh als 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 betreuer aktiv dementsprechend kennen wir eh schon so ein knappes achtel von den vorträgen so weil wir dabei waren also da fragst du gerade die falschen sag ich mal so aber wir oder ich hoffe dass es euch gefällt oder dass ihr vielleicht schon den ein oder anderen vortrag geguckt habt ähm ich muss sagen es war doch sehr schön und ich muss sagen ich selber schaue auch manche vorträge gerne zwei dreimal ähm einfach ähm dann halt jetzt nicht hintereinander natürlich aber so nach ein paar Monaten wenn mich das noch interessiert dann schaue ich mir das doch nochmal an so manchmal auch nur nebenbei und ähm ja lohnt sich auf jeden fall mal da vorbeizuschauen mhm das auf jeden fall ja vor allen dingen weil man ja so ein bisschen über den tellerrand hinausschauen kann weil man ist ja doch so ein bisschen in seiner bubble immer so drinnen von von den interessens äh von den interessen her und äh wenn da einfach mal so random mäßig ein vortrag vorgeschlagen wird das das tut diese bubble dann durchaus ähm ne zerplatzen wäre jetzt schlecht äh äh erweitern das stimmt ja ja der philip hatte äh wunderbar zwei sicherheitsthemen mit reingehauen hier äh als vorschläge die habe ich auch gleich mit übernommen redaktionell wie ich war ähm das fand ich ganz interessant ähm gerade so eine alte sicherheitslücke in der silib ähm bibliothek äh fand ich sehr sehr interessant äh was mir der philip da gezeigt hat ähm vielleicht möchte der philip dazu mal was sagen oder ich kann das aus äh ausbreiten ja mich hat es halt gewundert dass die so alt ist und noch nicht gefixt wurde weil die ist glaube ich 13 jahre alt oder und so lange war die drin also das hat mich echt verwundert deswegen habe ich mir gedacht das müssten wir mal im podcast ansprechen ja so als als hintergrund ähm es gibt eine recht alte ähm Möglichkeit in der silib bibliothek code zu schmuggeln und mit sehr alt meinen wir eigentlich schon so 17 jahre im endeffekt der witz ist aber gewesen der patch für diese lücke ist seit vier jahren bekannt wurde aber einfach nicht ins release übernommen inzwischen ist es drin och wer will denn entschuldige ich bitte aber es klingelt gerade bei mir ja klar ja klar ja ja das ist äh tatsächlich äh sehr interessant ne also dass wir erstens äh 17 jahre das so offen haben dann vier jahre lang kam es nicht rein kannst du dir das vorstellen philip äh beziehungsweise wie das passiert ist hast du da vielleicht eine erklärung oder ja ich vermute mal dass es halt einfach nicht äh aufgefallen ist oder sich das keiner so wirklich sicherheitstechnisch angeguckt hat und dadurch halt die sicherheitslücke vier jahre drin war naja 17 jahre aber so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen ja ich gehe davon aus dass ähm die sicherheitslücke einfach ähm sehr sehr geringen ähm ja sehr geringes potenzial gezeigt hat und von daher hat man sich gesagt ach gut ja die sicherheitslücke gibt es auch noch boah habe ich jetzt keine zeit oder hey wir haben gerade andere sich wichtigere sachen und ähm kann mir vorstellen dass sie dann immer so vor sich her geschoben wurde und ähm genau ja wie wusste weißt du ungefähr wie diese sicherheitslücke funktioniert beziehungsweise wie man sie ausnutzen konnte philip bist du da ja ich bin da so ja klar ne ähm also mir ist das ähm sehr schleierhaft ja aber ähm gut dass es jetzt gefixt wurde ähm und äh zähle ist ja quasi eigentlich auch so in ähm fast jedem linux oder jeder linux distribution drin ist ja auch ein sehr essentielles paket mikrofon aktiviert so verzeihung äh da bitte ich will na wunderbar ja habt ihr jetzt einfach nichts mehr gesagt ähm doch wir haben was dazu noch gesagt wir waren glaube ich wir haben drüber überlegt wie das passieren konnte dass die lücke so lange offen achso da drin ja ich habe mich gerade auch gewundert wie das passieren konnte da ist die post einfach mal zu zeitig die post zu zeitig ja da war ein paket für montag angemeldet dachte ich alles klar und stört ja äh keine heute vormittag nö die post hat es eher geschafft das ist doch schön ist doch schön ja naja gut äh so ihr wart bei der sieleblücke oder ihr seid nicht weiter zur nächsten gegangen genau wir sind bei der sieleblücke je nachdem aber ähm weiß jemand von euch genau wie man diese lücke ausnutzen konnte äh äh Codeschmuggel ermöglichen das stand natürlich kein Beispiel mehr dabei um sowas ähm zu äh forcieren auf älteren Systemen aber ich denke mal du konntest über die Komprimierung beziehungsweise kann ich mir vorstellen dass du ähm also von naht TTP Ausgaben anscheinend irgendwie aber so ganz mehr habe ich da jetzt aus dem Artikel auch nicht raus also in manchen Artikeln macht ja heiße das quasi dass du da bisschen mehr über die Lücke erfährst und wie du die ausnutzt aber bei dem Artikel war das jetzt nicht so mhm ne also CILIP ist eine Bibliothek mit der du HTTP Ausgaben beispielsweise komprimieren kannst um dann am Ende das Datenvolumen zu reduzieren ähm so war das Ganze und ähm zu zu meiner Verwunderung ähm hat äh Suicent die ähm Sicherheitslücke wenn ich das richtig sehe als hohes Risiko direkt auch eingestuft das ist schon ähm tatsächlich sehr merkwürdig aber gut jetzt ähm jetzt ist es ja gefixt ja also einfach nochmal lieber äh schnell Update machen und dann ist das auch beim Tisch absolut wo es ein bisschen schwieriger wird bei der nächsten Lücke äh die der Philipp noch äh eingereicht hat nämlich im Netfilter Subsystem äh vom Linux-Kördel da war noch ne Lücke drinnen was ist denn das Netfilter Subsystem? das ist das System was oh toll ich hab jetzt die Mail bekommt aus meinem Paket heute kommt super äh post API ähm das ist die Mechanik oder 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 das System was für NF-Tables also diese ganzen ähm Netz oder Netzwerk Routing und 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 Filter Geschichten also was für ähm Firewall Routing ja Firewall und Routing mehr ist es nicht zuständig ist ja genau das überwacht quasi Pakete ob die blockiert wurden oder nicht absolut okay okay und du konntest damit äh zum Route werden ja wenn's ganz dumm läuft wirst du damit Route oder kannst auf jeden Fall Route-Rechte oder Route-ähnliche Rechte erlangen ja das ist schwierig ne das ist sehr sehr schwierig wenn das geht aber ähm genau also es gibt ja immer solche ähm Schwachstellen oder es lauern ja sicher auch noch sehr 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 viele dieser Schwachstellen ist ja auch teilweise sehr 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 schwierig ähm dann da jeden Fehler auszumerzen wenn du mit C schon mal programmiert hast oder so das ähm merkst du sofort auch alleine wenn du in 10 Zeilen Code schreibst hast du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon irgendwo einen Fehler drin oder so eine Lücke drin ähm was vielleicht potenziell mit der richtigen Kombination ausgenutzt werden kann das ist sehr schwierig alles zu überblicken ist aber auch schon im Linux Kernel 5.17.1 behoben und theoretisch und theopraktisch äh werden da garantiert noch ähm Rückportierungen in anderen Kernels erfolgen also im 5.10 also in den ganzen LTS-Körnel in 5.15 werden die garantiert auch noch kommen ja ich glaube die sind da auch schon drin aber ähm die Lücke konnte quasi dadurch ausgenutzt werden wenn du halt NTF Chain glaube ich so manipuliert hast dass das quasi den Schadcode ausführt genau so ein Registerbereich von NTF NFT Du Chain ne genau ja also das schöne Smashing na klasse na klasse ja habe ich letztens vor 1-2 Semestern sogar in der Uni gehabt haben wir dann Stack Smashing beispielsweise gemacht wo wir dann auch selber so C-Programme dann hacken durften das ähm war ganz cool und man muss sagen es ist ähm nutzt niemals String Copy und was war das andere böse Dings äh also STR Copy oder sowas da kannst du einfach Strings kopieren und da kannst du so viel Müll mit anstellen äh da gibt's dann auch sichere Funktionen ähm aber die unbedingt auch äh verwenden tatsächlich weil ansonsten kann das Ganze sehr in die in die Hose gehen aber das sind natürlich nur einzelne Sachen die sind groß bekannt und wird wahrscheinlich auch seltener verwendet aber ich bin mir sicher es wird noch im Linux Code äh häufig zu finden sein oder im GNU Code und ähm ja das ist tatsächlich auch immer ein Thema ähm was ich letztens gesehen habe dass ähm Linux gar nicht so viel oder gar nicht so viel weniger Sicherheitslücken als Windows hat wenn man das mal äh vergleicht ähm nur ja bei Linux werden sie vielleicht unter Umständen sogar schneller durch ein Kernel gefixt könnte ich mir vorstellen bei den Rolling Release Systemen wenigstens und die LTS Systeme bekommen ja auch trotzdem noch äh Kernel Updates von älteren Kernels ne da sind die Sachen dann auch drin aber da ist äh tatsächlich äh noch relativ viel unter der Haube was wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig abblicken können und da schlummert sicher noch die ein oder andere etwas größere Sicherheitslücke ähm die wir natürlich dann alle äh gefixt haben wollen aber generell ähm ja so eine richtig krasse Sicherheitslücke wie beispielsweise Log4j dass das auch wirklich in großem Maße ausgenutzt werden kann ähm das äh gibt es seltener Gott sei Dank unter Linux also kann ich mich nicht dran erinnern dass es in den letzten fünf bis zehn Jahren der Fall war ne also außer Log4j war jetzt nicht wirklich was richtig immens Großes dahergehend dabei da war natürlich hier Meltdown und Spectre aber das waren ja Hardware-Geschichten genau joa äh ansonsten hast du ja wirklich in der Windows-Welt einfach deutlich höhere Dunkelziffer dadurch dass das Closed Source ist genau das ist tatsächlich ein Punkt du kennst die Dunkelziffer nicht das ist das Problem also ich will jetzt auch nicht Open Source glorifizieren als das 9 plus Ultra aber eben da ist halt der Vorteil du kannst reingucken du siehst was abgeht du weißt wo potenzielle Schwachstellen sind du weißt ja jetzt nicht ob bei Windows noch irgendwo seit ähm ähm nkernel äh 1.0 äh immer noch irgendwo äh eine Lücke drin ist äh die bis heute ausgenutzt wird weißt du nicht darum geht's ja äh das stimmt da muss ich jetzt auch etwas ausholen ich hab letztens auch wieder einen anderen Artikel bei heiße gelesen und zwar Schwebeschall die nutzen noch Linux also es gab ja die Limux hieß das das in München genau die sind jetzt wieder auf Windows aber Schwebeschall die nutzen noch Linux und genau bei heiße gab's einen Artikel da hat ein IT-Manager mal da drüber gesprochen wie sich denn die Produktivität mit Linux verhält und ja das ist sehr interessant vielleicht mal was fürs nächste Podcast ja genau macht jetzt ein ganz ganz neues Thema natürlich auf aber ich hab den Artikel tatsächlich auch schon ähm teilweise gelesen ähm weil er mir vorgeschlagen wurde ähm soll ganz gut sein aber da können wir mal mal anders drüber reden ähm ich denk das ist ja sicher nicht die letzte Diskussion über ne Produktivität unter Open Source oder freier Software und ähm absolut aber sehr empfehlenswert das stimmt mhm ne ich kenn nämlich zum Beispiel noch gar nicht den Artikel musst du den mal durchlesen ah ja muss ich mir mal notieren ja mach ich ja nee aber allgemein äh sicherheitstechnisch regelmäßig Updates machen tut schon in der Open Source weil ganz viele Probleme ähm beheben aber überall ist auf jeden Fall aber halt wirklich macht eure Updates dann seid ihr eigentlich relativ sicher ob ihr nun nur Anwender seid oder Advents da sollte das eh also da sollte eh der der Grundkanon eh ein anderer sein ja aber dann fährt man da auch sicher also Kanellücken sind immer ein bisschen kritischer zu sehen weil die sind nicht so schnell zu fixen weil die nun mal im Unterbau sind und eben darf man halt auch nicht vergessen wenn der neuer Kernel kommt Reboot sonst bringt euch das Update des Kernels nichts wenn der nicht benutzt wird wird der nicht benutzt oder live und wenn du dann Produktiv-Server hast dann musst du erst mal überlegen ob du den jetzt einfach neu startest oder nicht ja das ist immer so den Spagat den man dann als Admin macht also man hat die Bestrebung das System so sicher wie möglich zu halten aber auch so ausfallfrei wie möglich oder so so wenig Downtimes 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 ja jetzt geht es schon wieder los Englisch und Deutsch vermischt sich so wenig Ausfallzeiten wie möglich zu produzieren ja und dann geht halt der Spagat los aber ich sag immer wenn die Sicherheit bedroht ist dann ist die Anwendung halt mal kurz offline mein Gott absolut solange die wieder hochkommt mein Gott also das die Milchmädchenrechnung darf man gar nicht erst aufmachen das ist Quatsch absolut und ganz ehrlich um 4 Uhr nachts kannst du das eigentlich meistens schon mal runterfahren also es gibt ja teilweise auch Spiele oder sowas die fahren einmal am Tag ihren Rechner oder ihre Server runter und wieder hoch tatsächlich um Backups zu machen um einfach so einen Konsistenzenzustand wieder zu erstellen und also von daher ich glaube ein täglicher Reboot ist in den meisten Systemen jedenfalls nicht unbedingt so kritisch außer man ist jetzt nicht Visa oder Paypal aber das ist ja dann auch durch Orchestrierung und wie heißt es nicht Scheduler nee Cluster allgemein dadurch wird also genau so was ist Cluster ja Loadbalancer meinst du Loadbalancer ist das Wort ja genau dadurch wird das ja dann sowieso nach und nach aber das haben ja die wenigsten erst mal nötig ja richtig ja nee dann würde ich sagen bewegen wir uns weg von der Sicherheit das ist eh immer ein Thema was immer wieder aufkommen wird aber das mit Silib dass da wirklich vier Jahre der Fix bekannt war und auch schon vorhanden war aber einfach nicht ins Release gepusht wurde das fand ich dann schon wieder meine Güte also tu das not ja das hab ich ja auch gesagt das fand ich ein bisschen merkwürdig das war ein bisschen sehr ja komisch sagen wir es mal so aber naja ja was gibt es eigentlich noch so interessantes neues suchen wir noch Leute bist du das sagen Team ich weiß gerade nicht tatsächlich eigentlich nicht wir sind gerade wunschlos glücklich würde ich mal sagen und von daher ist da eigentlich erstmal sehr sehr wenig los aber ja je nachdem also natürlich wenn jemand da besonders mitmachen will und sagt okay gut dann schau ich mal dann schreibt uns gerne dann schauen wir da mal aber aktiv suchen wir gerade nicht mehr das ist eigentlich ganz toll haben einige neue Teammitglieder bekommen beziehungsweise ja haben ich sag mal ja sind unserem Team beigetreten und das worüber natürlich wir alle sehr froh sind und von daher ja wir müssen uns erstmal aneinander wieder gewöhnen das ist auch immer sehr auf jeden Fall war es die letzten Jahre auch so oder das letzte Mal auch so dass tatsächlich eine komplett neue Teamdynamik teilweise entstanden ist und da muss man sich natürlich dann wieder gewöhnen als Team von daher ich denke bis bis zum bis zum Herbst werden wir da wahrscheinlich weniger an der Teamsituation ändern um ganz einfach ja wieder so ein bisschen eine eine Stabilität reinzubekommen in Anführungszeichen dass man weiß okay gut woran man bei allen ist und das nicht alles zu sehr ich sag mal durchmischt wird sagen wir es mal so aber ja wir sind jetzt insgesamt 15 Leute und da muss ich sagen bin ich sehr sehr glücklich so viele hier mitziehen zu dürfen und glaubt uns freut euch schon auf natürlich erst mal auf den 14. Mai aber auch auf den November das wird großartig wir planen sehr 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 viel und es wird sehr sehr stressig für uns alle aber es wird hoffentlich sehr viel Spaß machen das vor allem dann euch also seid gespannt und genau das wärst was ich dazu sagen könnte ja also haben wir eine Größe erreicht mit der wir erstmal arbeiten wollen das stimmt das stimmt ich suche noch Leute zum Beispiel wer Lust hat gerne mal als Gast im Podcast dabei zu sein einfach mal anschreiben meinetwegen auch über YouTube oder eben eine Mail an podcast at tux-tage.de Themenvorschläge Verbesserungsvorschläge gerne dort auch auch in den Kommentaren boah ansonsten ich habe noch eine offene Einladung falls Aitanja das hört steht immer noch und ansonsten kommen wir mal zur deutschen Ingenieurskunst in Sachen mobiler Sicherheit und Integrität könnte man schon fast sagen dem Woller von 22 da war ich nämlich sehr sehr erstaunt als ich das gelesen habe ein Woller ist ja ein deutscher Anbieter beziehungsweise ist das aus Gigaset entstanden oder ist das eine Tochter von Gigaset Siemens in dem Moment bin mir gar nicht mehr sicher das ist jetzt rein spekulativ auf jeden Fall ein Handyhersteller der neben Android auch ganz viel Open Source also was heißt Open Source unabhängige Software darauf tut Android ist ja theoretisch auch ein Stück weit Open Source oder ganz viel entgoogeltes Zeug sogar das Woller OS ihr eigenes Android ist glaube nicht entgoogelt wenn ich mich nicht höre lasse ich mich auch gerne berichten also das Intrace selber ist eigentlich angoogelt du kannst aber wenn du möchtest die Micro G Services mit installieren sodass du dann quasi auch wieder Google hast wenn du möchtest aber du hast halt eben die Auswahl und Woller Phone kommt aus Deutschland auf jeden Fall ich habe jetzt nicht gefunden dass sie in direkter Abhängigkeit Abhängigkeit zu Gigaset bestehen das scheint eher eine gewisse Kooperation zu sein wenn man möchte es wurde durch Kickstarter und Indiegogo vorfinanziert und mittlerweile oder momentan kannst du dieses Woller Phone auf Kickstarter ich glaube für mindestens 400 Euro quasi holen und dann soll das Handy schon am 22. Juli lieferbar sein und die Firma dahinter die heißt wirklich sehr witzig die heißt Hallo Welt Systeme aber ja wusstet ihr dass es deutsche Smartphones gibt also dieses Gigaset ich habe mal ganz grob davon gehört habe das aber dann wieder ganz schnell vergessen wie sieht es bei euch aus ich hatte Woller immer auf dem Schirm weil ich es ganz interessant fand nur da haben wir wieder das also mein persönliches Problem so cool das Ganze auch ist und gerade dieses Woller Phone 22 hat ja ein richtig geiles Feature dass es einfach Multiboot fähig ist das ist glaube ich sogar das erste Smartphone das von Haus oder ist es von Haus aus also jedenfalls sie bieten es so an ich will was anderes gerade formulieren aber ich komme nicht drauf ich habe noch nicht anderswo ein Out of the Box Multiboot Smartphone gesehen und ich weiß gerade auch nicht ob man Multiboot da bin ich zu lange aus der Custom Rom Geschichte raus das hatte ich mir mal ganz ganz früher mal angeguckt ob man überhaupt ein Multiboot auf dem Smartphone realisieren kann vernünftig ansonsten Soweit ich weiß hat man auf allen Android Versionen oder auf allen Android Handys auf allen neueren hat man quasi so ein Multiboot wo man zwischen A und B unterscheiden kann und je nachdem welchen Slot man wählt kannst du dann da verschiedene Sachen reinziehen aber inwiefern das jetzt Volafone gelöst hat da bin ich mir gerade gar nicht so sicher aber geben tut es auf jeden Fall schon in gewisser Weise aber wahrscheinlich nicht so offen und nicht so konfigurabel weil ja dieses System von Android oder von Google was da wahrscheinlich dann da selber kommt ist sehr sagen wir mal so notdürftig gelöst ja sehr zweckmäßig sagen wir es mal so ja aber ich finde halt die Multiboot Geschichte ganz ganz genial also Volar OS ihr Android Ubuntu Touch Saltfish OS sagt mir auch was hatte ich aber habe ich jetzt aber nicht auf dem Schirm was das ist Droidian also Debian für Android und eben auch Manjaro sind da möglich zu benutzen was was schon mal eine ordentliche Kampfansage ist sage ich mal ist ja wirklich viel und wir haben ja nicht viele Handys die mit Manjaro oder Ubuntu Touch funktionieren oder Volar OS selber und Respekt sehr cool habt ihr schon mal nachgedacht auf ein Linux Handy zu wechseln genau genau also mir stellt sich da noch die Frage also ich würde es mal ausprobieren aber ich denke mal nicht dass es quasi nützlich ist im Alltag weil du ja schon gewisse Dinge auf dem Smartphone hast die dann doch nicht beziehungsweise noch nicht auf Linux funktionieren und dann ja muss man mal ausprobiert haben würde ich sagen absolut ich habe mal Ubuntu Touch vor schlag mich tot ich glaube zwei Jahren oder zweieinhalb oder drei Jahren schon ausprobiert mindestens drei Jahre müsste es schon mittlerweile wieder her sein die Zeit weg geht zu schnell und damals hat mir das Ganze sehr 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 gut gefallen allerdings man muss sich halt von den normalen Apps erstmal verabschieden du hattest erstmal kein WhatsApp drauf ich glaube Spotify hast du irgendwie drauf gehabt aber genau dieses WhatsApp Thema hat mich damals halt noch sehr interessiert das ging halt nicht wie es jetzt aussieht da bin ich sehr sehr gespannt ich werde nämlich demnächst ein Ubuntu Touch Testgerät erhalten und da werde ich mir das Ganze nochmal anschauen zu Ubuntu Touch und ich hätte ja nicht gedacht dass Ubuntu Touch so lange überlebt also wurde ja glaube ich 2016 von Conradical ich sag mal abgestoßen wird jetzt ja von UV Ports weiterentwickelt und die scheinen da wirklich immer noch hinterher zu sein und entwickeln das stetig weiter also ja Respekt definitiv ich glaube auch es gibt jetzt Android Boxes auch für diese für diese Ubuntu Touch Geschichte also ich glaube inzwischen sind die so weit dass du Android Apps auf einem Ubuntu Gerät oder Ubuntu Touch Gerät auch irgendwie ausführen kannst wenn das geht das wäre super weil ich glaube das ist tatsächlich so der ja der goldene Weg sag ich mal oder der goldene Schlüssel weil wenn du das nicht hast ist ja Windows Phone auch schon verreckt ja das ist ja noch das anzustrebende beziehungsweise das ist ja der der Grundsatz der damit einher geht wirklich ein unabhängiges Betriebssystem zu haben was nicht an eure Daten in dem Sinne will und euch eben sämtliche Freiheiten lässt das zu tun was ihr wollt und eben auch die Möglichkeiten bietet digitale Unabhängigkeit zu führen Richtung integriertes VPN und solche Geschichten das stimmt ja ich hab halt nur wirklich ein 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 gravierendes Problem mit der ganzen Geschichte ich find das unglaublich gut was was Wollafone dort macht und die Firma dahinter das Problem ist aber ich müsste zu sehr ähm äh nicht doch Idealist sein um mir das zu holen weil es juckt mich unter den Pfoten also es juckt mich wirklich unter den Fingern das mal auszuprobieren ich hab auch eigentlich richtig Bock das auszuprobieren nur als Privatperson für ein Full-AD-Plus-Display so ein Mediatek-Helio-Prozessor ein Achtkerner 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher ähm auszugeben so fast 400 Euro boah nee also da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis also ne schwierig da kriegst du heutzutage auf einem anderen Markt mehr hast dann aber definitiv nicht die Freiheiten das muss man dazu sagen aber man muss halt auch irgendwo Realist sein ähm das meiste Geld dort geht halt in die Software und in die Softwareanpassung was auch völlig okay ist aber das ist für mich gerade so in der Situation ähm ja also nicht wirtschaftlich sag ich mal für mich auch wenn ich sagen muss da muss man aber ganz kurz ähm darauf eingehen Woller ganz großes Lob die bauen noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss ein die bauen immer noch auf einen austauschbaren Akku ihre Geräte MikroSD-Karten Leser alles definitiv also das Geld ist es definitiv wert nur eben am Markt nicht konkurrenzfähig mit den mit den ähm Specs äh heißt jetzt hier auf Deutsch nochmal ähm Leistungsdaten genau also vergleichsweise also ja generell kann ich nicht nachvollziehen ähm es ist schon ein bisschen ja ne teurer aber wenn ihr das mit anderen Smartphones vergleicht die eher ähnliche Ziele verfolgen geht das tatsächlich schon klar und ähm tatsächlich äh die Leute die sich das kaufen sagen ja nicht oh das ist mega günstig sondern hey das ist ein gutes Betriebssystem dahinter da ähm wird auf Privatsphäre und Datenschutz gesetzt und so weiter und äh man muss sagen dieses Gigaset GS5 ist aus Deutschland also made in Germany und ähm wird glaube ich sogar auch hier teilweise hergestellt und das äh und das auch wirklich unter deutschen Arbeitsbedingungen und so weiter und das verdient dann doch schon gewissweise Lob und sagen wir mal so also ne wenn da made in Germany auch wirklich Name Programm ist sagen wir mal so ähm dann gebe ich das glaube ich gerne aus dafür ne und ähm aber ja ich kann es nachvollziehen du äh also Preis-Leistung ja Preis-Leistungskracher ist es nicht ähm aber das ja selten bei ähm solchen solchen dann ich sag mal Nischen ähm Produkten die dann eine ganz ganz spezielle Zielgruppe ansprechen und von daher ähm ja so solange die Kunden das zahlen und ich glaube es zahlen doch sehr sehr viele ähm so what aber tatsächlich ich äh kenne das auch gut von anderen Modellen ähm oder auch von Laptops äh von gewissen Laptop-Herstellern mir ist das meistens dann doch zu viel Geld was dann da drauf geht ähm aber das äh ich glaube muss jeder für sich entscheiden und ähm ich finde es schön dass es in der Ansicht weitergeht aber womit ich ein Problem habe beziehungsweise was ich mich frage warum jetzt hier Manjaro und Ubuntu Touch beispielsweise hier extrem versuchen auf Handys zu kommen auf Smartphones ähm denn wir haben doch schon eine wunderbare Open Source Plattform auf Smartphones ja das ist Android Android ist ja Open Source am Ende und es gibt ja auch ein tolles Android Android 4 quasi äh der auch wirklich gerne auf Privatsphäre oder Sicherheit legt und wo du dann auch sehr sehr viel mehr bestimmen kannst ist ja auch Lineage OS drin ne wenn du willst kannst du auch IOD oder IOD habe ich gehört ähm sprich mir das aus oder EOS ähm nutzen das sind ja halt auch nochmal Projekte die auf Lineage OS basieren und der Vorteil ist halt eben du ähm musst auf keine Apps verzichten die du vielleicht unter Umständen unter Manjaro oder Ubuntu Touch nicht richtig bekommst von daher ähm finde ich es erstmal so rein rational viel sinnvoller ähm mit eher Waller Waller OS oder Lineage OS oder so ich glaube die sind alle basieren auf Android soweit ich weiß Waller OS müsste auch auf Android basieren ähm mit denen weiterzugehen anstatt mit Ubuntu Touch und Manjaro ist zwar sicher ein tolles kleines Nebenprojekt aber sind wir doch mal ehrlich was erhoffen die sich dabei ja also es wird nie eine riesige Zielgruppe ansprechen können und ähm die Frage ist ja warum sollte man im Gegensatz zu Lineage OS Ubuntu Touch verwenden wenn es nicht nur die Oberfläche ist und das muss ich sagen finde ich ja schwierig aber ähm wenn es Leute gibt die das gerne nutzen so what warum nicht ähm ist okay das ist der Vorteil von dem Waller Phone 22 man kann es machen man hat alle Möglichkeiten das ist wieder dieses Multiboot ist eigentlich ein Killer Feature ne für Interessierte ist das kein Problem jetzt müsste man mal gucken wie das wirklich funktioniert kann ich Manjaro Droidian ähm wirklich als Testumgebung benutzen oder muss ich das jedes Mal drüber flashen und ist dann mein Android oder mein Waller OS dann wieder Werksreset das muss man mal gucken wie es wie es dann wirklich fertig aussieht wenn ich aber nativ oder nahtlos äh zwischen den Betriebssystemen wechseln kann dann wird es wieder eine heiden interessante äh ein heiden interessantes Feature weil dann kannst du ja wirklich heute Ubuntu Touch morgen nehme ich Droidian äh fürs fürs Meeting benutze ich dann Waller OS weil das sollte dann doch nicht abschmieren äh keine Ahnung ich will jetzt auch keinen bashen aber ich finde es heiden interessant wie dieses Multiboot Feature dann ähm umgesetzt wird genau ähm nochmal zu der Marketinggeschichte also ich denke auch nicht dass das irgendwie den Markt umwälzen wird dass sich dann irgendwie mehrere Leute ein Linux Phone äh kaufen werden weil halt Android schon sehr dominiert ist und ja es wird dann wahrscheinlich eher auch eine geringere Nutzerschaft sein so wie halt Nerds die das schon sowieso kennengelernt haben oder wissen dass es sowas gibt die werden sich dann sowas kaufen halt ich denke auch nicht dass du über die Produkte an den Markt kommst sondern eher über das Mindset also du musst du musst die Benutzer ich sag jetzt nicht ich will jetzt nicht sagen umerziehen aber du musst die für digitale Unabhängigkeit bereit machen weil sonst bleibt es immer nur der stumpfe Nutzer der immer bei der WhatsApp Installation ja 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 AGBs hab ich gelesen sagt macht zum Beispiel ne da muss ein bisschen digitale Missionarsarbeit noch geleistet werden das stimmt eigentlich am besten in der Schule aber ja absolut tatsächlich ja konzentriert sich auch Hallo Welt Systeme beim Marketing vorwiegend auf Freiheit und Sicherheit also sie wollen das auch sehr sehr hochsetzen und ich glaube das ist ein toller Standpunkt und besonders natürlich auch dieses Multiboot System das ist schon ist schon sehr sehr cool aber ja langfristig gesehen ist das eine tolle Sache aber sehe ich persönlich mehr Potenzial in Lineage OS basierten Systemen oder Android basierten Systemen aber warte mal das ist ja Woller OS also von daher das passt schon aber im Gegensatz zu Ubuntu Touch und Manjaro aber hey warum nicht warum nicht also da will ja freie Weltsysteme genau die Leute schon abgreifen die ihr digitales Erwachen schon erlebt haben um es so zu formulieren ist ja auch nicht verkehrt aber ich ja also ich finde Woller Fohn Woller freie Weltsysteme macht bitte weiter also verkehrt sein kannst du nicht und sagen solange dieser Markt für euch funktioniert was ich jetzt nicht überblicken kann weil ich da nicht drin stecke macht weiter so also ich ich finde das nicht verkehrt vielleicht kommt irgendwann auch bei mir die gedankliche Zeitenwende wo ich mir sage ich weniger Leistung aber vermutlich braucht man auch gar nicht mehr so viel Leistung wenn wenn einfach im Hintergrund nicht mehr so viel weitergeschickt wird vielleicht man weiß es nicht man müsste es ausprobieren ich habe das Geld gerade nicht locker vielleicht irgendwann sagen wir es mal so es ist ne alles sind abwägen aber absolut aber ein großer Pluspunkt ist der 4500 mAh Stundenakku der ausgetauscht werden kann und die Klinkebuchse ich finde das perfekt also von daher ich finde es ist auch trotz des hohen Preises ziemlich attraktiv wobei ich mir persönlich wahrscheinlich ich muss mal schauen wie teuer das Gigaset GS5 so ist würde ich mir wahrscheinlich so holen und dann selber so ein bisschen drum rumfuschen quasi bis ich dann tolles System drauf bekomme aber das ist dann halt wahrscheinlich nicht für den letzten Endanwender gedacht ne definitiv nicht und dann gibt es dann noch das Fairphone und das nutzen sogar ein paar Leute bei mir in der Familie und nein ich habe sie nicht dazu gedrängt die kamen irgendwie selber da drauf dass das irgendwie ein bisschen die Welt verbessert sag ich mal das ist ja von vier schon das gibt es schon mein Vater hat das auch tatsächlich und er hat ein paar Kinderkrankheiten was ich so gehört habe ich verstehe es heute nicht warum die keinen Klinkenanschluss haben ich weiß es nicht das Dreier hat glaube ich noch einen und das Vierer nicht die wollen nochmal Nachhaltigkeit noch und nöcher setzen wieso kann ich da nicht meine Kopfhörer benutzen die ich habe wahrscheinlich bis heute nicht da muss einfach mal Kritik da sein das ist dann wahrscheinlich ein bisschen Psychologie dass die Leute denken ach das sieht aus wie ein iPhone und dann kaufen sie sich das oder so keine Ahnung es sieht tatsächlich ähnlich wie ein iPhone aus auch von der Außenseite so ein bisschen würde ich sagen auch von der Anordnung aber generell ja aber Micha ganz ehrlich hast du Kopfhörer Klinken Kopfhörer fürs Handy die älter als zwei Jahre sind also meine gehen aller spätestens nach einem halben Jahr kaputt oder gehen verloren aber das sind meistens leider auch nur so relativ günstige Teile jetzt habe ich Bluetooth Kopfhörer mit denen ich tatsächlich auch sehr zufrieden bin aber so Klinke Dinge haben bei mir nie lange überlebt tatsächlich leider Moment kann ich dir glaube ich sogar gleich sagen ja äh nicht schlecht ich habe nämlich extrem alte In-Ear-Kopfhörer die ich am Smartphone nutze achso ich muss im richtigen Suchfeld suchen dann kriege ich auch ähm vielleicht das ganze raus äh oh ja fünf Jahre alt fünf Jahre Respekt Respekt nicht schlecht äh ja gut ich muss sagen ähm nebenbei noch mal ganz ganz kurz zum Gigaset GS5 also das Gigaset GS5 kostet so ähm ohne Woller ähm 300 Euro dann ist das dann doch schon etwas etwas erquicklicher und dann gehe ich damit auch persönlich klar es wird wahrscheinlich nicht äh mit den China-Krachern mithalten können aber ich finde das ist schon okay für Made in Germany aber gut das muss ja jeder für sich entscheiden ja das auf jeden Fall aber ich bin da gespannt wie sie es entwickelt das auf jeden Fall so und damit wären wir auch schon wieder am Ende für heute so es hat doch irgendjemand irgendwas zu sagen absolut gar nicht vielen vielen Dank fürs Zuhören schreibt ihr doch mal in die Kommentare oder uns per Mail podcast at tux-tage.de oder genau podcast at tux-tage.de wunderbar genau wie es euch gefallen hat auch gerne Hörerbriefe quasi nehmen wir auch gerne in die nächste Folge mit rein oder das können wir gerne mal machen ja ansonsten danke an Philipp danke an dich schon für's dabei gewesen sein gerne gerne vielen Dank fürs Vorbereiten immer wieder gern und ganz besonderen Dank mal wieder an dich lieben Zuhörer oder vielleicht auch an dich lieben passiven YouTube Zuseher bleibt gesund bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen tschüss tschüss bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal